Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker IQ Option. Ich handle 60 Sekunden, mein Startrade beträgt hier 2000 US-Dollar. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade im Metatrader 5 nach meinen Einstiegskriterien und der Berücksichtigung meiner Indikatoren und der Tagesnews. US-Dollar, Yen. Sieht ganz gut aus, allerdings müsste der Kurs noch weiter steigen. Das reicht nicht. Britisch Pfund, Yen. Hab ich nicht. Leider nicht. Im kurzfristigen Bereich. Out US-Dollar sieht auch ganz gut aus, allerdings müsste auch hier noch der Kurs weiter steigen. ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Müsste auch hier noch nicht, müsste noch weiter fallen. Euro, Britisch Pfund. Noch ein Stückchen müsst ihr steigen. Vielen Dank. Okay, ich nehme US-Dollar, äh, Britisch Pfund, US-Dollar, hier steige ich ein. Ein, noch nicht mit einem Euro nur, sondern mit 2000 US-Dollar. Und gegebenenfalls nochmal. Den ersten Trade mit einem US-Dollar habe ich gewonnen. Wichtig ist natürlich, dass ich den zweiten Trade gewinne. Aktuell sieht es gut aus. Ich sollte jetzt nichts mehr anfangen. Bis 31.12. Und dann kannst du dich noch für mein Privat-Einzelcoaching 10K bewerben. Im nächsten Jahr ist es dann nicht mehr möglich, da ich aufhöre. Mal sehen, ob ich noch einen Trade finde. Britisch Pfund, US-Dollar könnte man auch nochmal einsteigen. US-Dollar, Yen. Müsste allerdings noch etwas steigen. Das reicht aktuell nicht. Noch ein Stückchen. Und dann kannst du dich noch ein Stückchen. Okay, out US-Dollar. Auch hier müsste der Kurs noch etwas fallen. Jetzt steige ich ein. Ich möchte noch ein Stückchen. Ich möchte auch ein Stückchen. Geht euch gleich. Meine. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020